Hallo liebe Zuschauer, ich bin Carsten Teuber, Redaktionsleiter beim berlinfernsehen.de. Heute wende ich mich mal an Sie. Und zwar, wie Sie vielleicht wissen, ist das berlinfernsehen.de ein eingetragener, gemeinnütziger Verein. Wir berichten frei und unabhängig aus der Hauptstadt, mit Filmberichten, aber auch Live-Übertragung. Tja, und das braucht auch ein bisschen Geld. Es braucht einfach Geld. Wir würden uns freuen, wenn Sie Spender sind, wenn Sie etwas spenden, ein bisschen Geld für das berlinfernsehen.de. Wie das geht? Ganz einfach. Sie spenden einfach an das berlinfernsehen, an unser Vereinskonto von berlinfernsehen.de, wo Sie die Kontonummer finden. Sie finden sie hier unter, Moment, ja, genau da, darunter finden Sie unter dem Video unsere Kontonummer. Wie gesagt, spenden Sie ganz einfach an unser Vereinskonto mit dem Wort Spende. Vergessen Sie Ihren Namen nicht, damit wir die Spende zuordnen können. Und ja, dann können Sie von uns eine steuerlich abzugsfähige Spendenquittung erhalten. So unterstützen Sie die Arbeit des berlinfernsehens.de oder Sie werden ganz einfach Vereinsmitglied, machen mit bei unseren Aktivitäten oder bleiben einfach stilles Mitglied und helfen uns so mit Ihrem Vereinsbeitrag und das Programm des Berlin Fernsehens zu unterstützen. Wie auch immer, ob Sie Vereinsmitglied oder Spender sein wollen, wir freuen uns auf Sie und ja, bis dann, Tschüss!